Hallo Welt, da sind wir wieder und wir werden versuchen, von den Burschen da oben, Gunner-Kommandant, den Fusionskern zu stehlen, obwohl jetzt dreht er sich gerade um, vielleicht sieht er uns dann und wahrscheinlich wird auf dem Weg dorthin sowieso noch einiges rumliegen, das wir in Schärfen einsammeln müssen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ich bedanke mich an der Stelle für das Abo, John, vielen Dank. Ja, das macht Spaß, wenn ab und zu mal ein Abo hinzukommt. Huch, was war das? Oh, jetzt sieht er uns wahrscheinlich, hat er uns schon entdeckt. Ja, wenn ein Abo dazukommt, dann und wann mal, dann sieht man, dass sich die Arbeit lohnt. Es macht so sehr viel, doch sehr viel mehr Spaß. Okay. Oh, nein, er hat uns, er hat uns. Wir versuchen jetzt dennoch, ihn zu beklauen. Können wir nicht. Was habe ich falsch gemacht? Oh nein, keine gute Idee. Naja. Das mit dem Anschleichen üben wir nochmal eine Runde. Das war jetzt vielleicht gut gedacht, hat aber nicht geklappt, wie man gesehen hat. Okay. Ja, immer noch Probleme hier mit der Festplatte. Heute am 13.01.2016. Gestern war ich etwas geknickt, kann ich ja kurz sagen, durch die aktuellen Sachen, die da so vorgefallen sind. Heute habe ich es nicht geschafft, ein Video zu machen. Ja, das geht ja doch nicht an einem vorbei. Ich habe keinen Fernseher, ich gucke schon keine Nachrichten, ich höre auch kein Radio. Aber irgendwie kriegt man doch mit, was in der Welt passiert. Und ja, ich mache Aufnahmen lieber dann, wenn ich gut gelaunt bin. Na gut. Wie gesagt, bitte keine Politik hier auf dem Kanal und keine Religion. Alles immer schön. Bei Fallout ist ja noch alles gut. Oh, so weit in Ordnung. Wenn man treffen könnte mal. Hier ist alles friedlich, würde ich gerade sagen. Aber, ja, das kann ich nicht reden, sondern spielen. Ihr wollt was sehen und, ja, vielleicht auch mein Gesammel hören. Okay, sonst könnte ich ja ein, wie nennt sich das, Walkthrough machen. Einfach nur durchspielen, ohne zu kommentieren. Dann wäre es aber kein Let's Play, oder? Und wir können natürlich auch versuchen, den... Ich habe noch nie versucht, so einen Kern mal zu zerschießen. Ich habe aber auch noch nie versucht, ihn zu klauen. Okay, hier liegt nichts rum. Jetzt speichere ich aber mal hier schon. Wird er uns sehen? Nein, er sieht uns schon mal nicht, was sehr schön ist. Okay, irgendwo geht hier was ab. Ich denke, irgendeine Siedlung wird gerade überfallen, oder? Okay. Oh, das ist unsere Ärztin. Da steht er mit dem Rücken zu uns. Das wird sich aber gleich ändern, fürchte ich. Oh, Curry. Ah, dumm gelaufen. Ich hätte sie irgendwo abstellen sollen. Na gut, jetzt kriegen wir wohl kaum noch so einen Fusionskern hinten raus. Ja gut, es hätte mich interessiert, ob das wirklich klappt. Ah ja, jetzt hätten wir vielleicht noch eine Chance, uns anzuschleichen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh, sie hat sich schnell wieder erholt. Warum sage ich sie? Es eigentlich. Es ist ja eine Maschine, oder? Jetzt ist er weg. Ist er vielleicht runtergefallen? Na, ich denke, er steht da hinten um die Ecke. Ja, okay, das bringt ja jetzt nichts, wenn ich hier stundenlang warte. Können wir immer noch probieren mal. Okay, ich bitte darum, hier rüber zu springen. Und es hat nicht geklappt. So hoch konnte Lucrezia gerade nicht springen. Oh mein Gott. Ja, wir versuchen es erst gar nicht mehr. Wir gehen da jetzt einfach drauf. Und trotz Power-Rüstung werden wir diesen Gegner doch wohl bezwingen können. Vielleicht mit einer anderen Waffe. Ja, die sollte schon besser sein. Oh nein, oh nein. So gut ist diese Waffe auch nicht. Mein Gott, der nimmt ja gar keinen Schaden in seiner Power-Rüstung oder halb Power-Rüstung, was auch immer er da hat. Dieensemble hier in der Stick Brewster. So gut ist das. Unfortunately, ich glaube, das nochmal d patriarchations sind. Ich kahw. Ja. θα. Oh yes! Üble Sache. Vielleicht hätten wir uns doch gerade noch einschleichen können. Er stand uns gerade mit dem Rücken zu. Er hat uns den Rücken zugewandt. Naja, gut. Das Dumme ist, dieser Typ hält wieder sehr viel aus hier. Deswegen müssen wir da schon etwas vorsichtiger rangehen. Ja, gleich hat er vergessen, dass wir da sind. Die Gegner leiden hier oft an Demenz. Oder stehen so unter Drogen, dass sie ihren eigenen Augen und Wahrnehmungen nicht mehr trauen. Wir bleiben erstmal versteckt und versuchen es dann nochmal in den Fusionskern abzunehmen. Ich bin ja auch gespannt, was dann wohl passiert. Ob die Powerrüstung dann aufgeht, er direkt raus aussteigen muss. Ob er einen Ersatzfusionskern einlegen kann oder was auch immer. Ihn zu zerstören, den Fusionskern einfach zu zerstören, scheint aber nicht zu klappen. Denn ich denke, wir haben gerade ganz gut drauf getroffen auf das Teil. Vielleicht sollten wir die Ärztin schon mal befreien. Die könnte dann ja auch etwas helfen noch dabei. Ja gut, ich sehe einen Schatten da. Ach, das ist Curry. Okay. Aber nein, der Schatten gehört zu ihm. Okay, jetzt mussten wir natürlich nur noch rausfinden, wo, in welche Richtung schaut er gerade. Ach, Curry ist schon wieder wach. Ja genau. Warum nochmal kämpfen? Ach, da oben ist er. Ja schade. Kann man denn hier nicht Langfinger machen jetzt? Kann ich hier denn nicht durchschießen einfach rum? Nein, ich treffe ihn nicht. Vielleicht kommt er noch nach unten. Mein Gott. Schwieriger Gegner. Aber das war zu erwarten. Hallo? Ja, wir haben doch hier so eine gute Waffe. Wir treffen auch ganz gut, aber... Ach, Mann. Ja, da müssen wir irgendwie anders vorgehen. Ich bin halt so neugierig. Was passiert, wenn wir den Fusionskern rausnehmen? Ich würde es schon ganz gerne wissen. Mal sehen, ob wir ihn jetzt kriegen können. Wir könnten nach oben irgendwie... Wie ist der da hochgekommen? Ach was, die kriegen Geld dafür, dass die mich töten. Das ist ja ein Ding. Ach so. Ach, komm schon. Das ist sicher. Ja. So geht's nicht. Ich wollte nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Jetzt machen wir das aber richtig. Das kann doch nicht sein, dass der schon wieder... Naja. Der Endgegner immer. Ich frage mich nur, wie er da hochgekommen ist. Ach, da ist eine Leiter. Weiter, Feuer! Na, klau ihm noch den. Klau ihm noch den. Sie klaut einfach nicht. Wenn er es uns sieht, dann kann sie einfach nicht klauen. Autsch. Ein weiterer Sturz direkt zur Finch-Farm wahrscheinlich. Mann, wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Ja, ich muss sagen, es ist immer für mich ein bisschen schwierig. Ich muss erst mal da reinkommen. Ich bin ja kein großer Gamer. Und das dauert immer eigentlich so ein paar Folgen, bis ich mich an alles hier gewöhnt habe und erst mal zurecht finde, so richtig. Das ist jetzt heute erst die zweite Folge. Mal sehen. Ach, Kea. Fall da runter und... Good is. Ach so. Ja, da hat die Machete ja mehr gebracht. Den Eindruck habe ich zumindest. Hey, nicht. Ja gut. Der Vorteil ist, so gut treffen kann er auch nicht. Er ist nicht sehr viel besser als wir. Er hat nur die bessere Rüstung an. Aber dafür haben wir mehr Glück, oder? Sollte so sein. Ach, komm schon. Die Platte ist gleich wieder voll. Die Folge ist gleich zu Ende. Das wollte ich jetzt eigentlich schaffen. Ich wollte nicht noch eine Folge gehen. Oh, wir haben keinen Stimp-Pack mehr. Kontakt. Ach, Kea. Das ist doch nicht... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mensch. Au. Mit der Nase auf dem Beton. Ich glaube, das hat sie aber nicht mehr gespürt. Die war schon tot. Au, 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 au. Wir haben doch bessere Waffen. Jetzt mal ehrlich. Wir haben doch... Geht das wieder nicht? Ja, ich sehe schon, das wird höchstwahrscheinlich die letzte Folge. Ich möchte dann nachher auch gerne noch ein bisschen was feiern. Zum einen ist heute Bergfest. Ich kann das nicht auswählen. Was ist aus dem Versteck raus? Zum einen ist Bergfest, zum anderen ist der 13. Januar. Ja, haben wir das nicht ausprobiert? Was haben wir denn noch? Wir haben doch... Ja, das ist doch gut. Los geht's! Genau. Jetzt aber. Ach so! Einzelschuss. Ich dachte, das geht auch so automatisch. Ach, Mann. Weitere Feindseligkeiten siebt nicht in den Sack. Ja, Curry. Holt einen Hammer raus. Curry hat keinen Hammer. Und sie könnte ihn auch gar nicht rausholen. Mit dieser Waffe erledigen wir, dass sogar Super-Mutanten mit dem Hand umdrehen. Ja, aber der hat eine Power-Rüstung an. Der ist doch etwas... Etwas, etwas stärker. Mann, ich hoffe auf dich ist dein Kopfgeld ausgesetzt! Ja, ich kann doch hierfür jetzt nicht schon wieder einen Psycho... Ja, muss ich wahrscheinlich. Hilfsmittel und Psycho. Dann haben wir noch Medix. Schadens-Schadens-Resistenz... Okay. Okay. Hey, da ist er ja. Ach, das... So klappt das nicht. Ich hab' den Eindruck, dass es so nicht funktioniert. Ja gut. Treffen sollte man. Ja gut. Wir haben es leider nicht geschafft. Ich muss leider die Folge beenden. Ich kann gar nicht länger machen, sonst ist die gleich die Platte voll. Und dann gibt es kein Schlusswort mehr. Na, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Was ist hier los? Moment, ich mach' nichts. Hey! Was war das denn jetzt? Ich hab' nichts gedrückt. Und da ging's gleich weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch für euch und... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du wirst mir jetzt helfen, oder?